Ey, das war doch mal der eine, irgendjemand hat doch mal so auf YouTube so eine Ansage gegen mich hochgeladen, weißt du noch? Jetzt Leute, es gab mal vor längerer Zeit, das hab ich mal auf YouTube gesehen, da war so ein kleiner Junge, der hat mal so eine Ansage gegen mich hochgeladen, weil er gesagt hat, ich hab mal im Stream, das war noch in der Wohnung vor einem halben Jahr, da war Meili so da und da meinte ich so zu ihr so halt so auf Choke, ihr wisst ja wie ich bin, dann sag ich so, nein du kommst jetzt rein hier und so, weißt du? Und nimmst sie so und sagst so, ey du kommst jetzt rein, aber so auf Choke, so weißt du? Also sie lacht ja auch dabei und dann lädt so ein 13-Jähriger oder so war das, also no front, ein 13-Jähriger, aber also er war halt wirklich so noch jünger und das war halt sehr cringe, weil er so auf, er hat so wie so ein Lehrer gemacht, so auf überkorrekt, so weißt du? Und dann lädt dieser 13-Jähriger, also so ein Video gegen mich hoch und sagt so, boah, I cry, Max, wie er, wie er, er nötigt seine Freundin, wie er mit seiner Freundin umgeht. Und ich denk mir nur so, wenn ihr wüsstet, wie ich hier immer verprügelt werde, Hilfe, SOS, SOS, dieses, kennt ihr dieses Zeichen, also ist jetzt an sich nicht lustig, natürlich, also wenn, es gibt doch so ein Secret Zeichen, wenn Frauen von den Männern so zu Hause geschlagen werden, dann ist das, so, also das ist so ein verstecktes Zeichen. Stellt euch mal vor, so im Stream irgendwann, ich mach einfach so, SOS, SOS, Hilfe, ich werd geschlagen. Nein, ich hab neulich so einen kranken Wrestling-Movie, nein, ich will das kurz, ich zeig euch das kurz, was ich mit ihr gemacht hab, kurz vorführen, ich hab so ein heftiges, warte, ich mach nicht richtig, ich mach nicht richtig, ich mach so nicht richtig, nein, ich mach das jetzt nicht richtig, keine Sorge, aber das war krass. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wir haben so ein hohes Boxspring-Belt, ne, und dann, so. Und Mailin stand also so vor dem Bett, ne, und dann bin ich so, was auch nicht gemacht hat, dann bin ich so, echt, ich hab mich so angerannt bekommen, hab so gemacht, so in den Kopf genommen, und dann so, boom. Und dann, dann hab ich so ihren Kopf genommen, wie so AKO, wie AKO hab ich mir den gemacht, bin ich so angerannt, hab so mal in den Kopf genommen, und dann so aufs Bett so gesprungen. Und dann, dann, dann war sie am Bett gelegen, und dann hab ich so gemacht. Und dann, dann bin ich so aufs Stuhl. Und dann, 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 Ey, wer kennt's nicht? Live-Chat. Live-Chat, wer kennt's nicht? Mit Freundin immer Wrestling.